Willkommen im Tutorial, das Ihnen den Umgang mit dem Emanuel Alte Geschichte erläutert. Dieser Blog stellt Ihnen moderne Lernszenarien zur antiken Geschichte bereit, die wissenschaftlich fundiert sind und von Experten erstellt wurden. Alle Inhalte stehen als Open Educational Resources für jeden Interessierten frei zur Verfügung. Wie kann ich die grundlegenden Inhalte der Antike kennenlernen? Dafür stehen die Podcasts bereit, die das Herzstück unseres Blogs darstellen. Die Podcasts sind chronologisch nach den sechs Epochen der Antike von der Achaik bis zur Spätantike geordnet. Wenn Sie die Maus über eine Epoche führen, öffnen sich rechts alle Podcasts, die dieser Epoche zugeordnet sind. Wie in diesem Beispiel der Epoche Hellenismus und dem Podcast Alexander dem Großen können Sie das Video und den dazugehörigen Text erkennen, der downloadbar ist. Sie können einen oder beide Wege wählen, um sich audiovisuell die Inhalte des Podcasts anzueignen. Für die räumliche Orientierung sind die im Text genannten Orte mit einer Karte verlinkt. Scrollen Sie weiter nach unten, um zu wichtigen Quellen zu gelangen, die für diesen Podcast ausgewählt sind. Wenn Sie gerne überprüfen möchten, ob Sie die Inhalte verinnerlicht haben, besitzen Sie die Möglichkeit, pro Podcast ein Quiz zu lösen. Sie können selbstständig evaluieren, wie viele Antworten Sie davon richtig gelöst haben. Wie kann ich tiefer in die Welt der Antike abtauchen? Sie können sich auch mit Quellen beschäftigen, den Originalzeugnissen aus der Antike, die wir überliefert haben. Die Quellen sind passgenau dem Podcast zugeordnet. So bietet etwa der Podcast Sulla und das Zeitalter der Bürgerkriege in der Epoche Römische Republik das notwendige Hintergrundwissen, um das Panorama an Quellen zu studieren, die hier ebenfalls unter Römische Republik und Sulla zu finden sind. Münzen, Inschriften oder literarische Quellen ermöglichen hier einen Einblick in die antike Welt. Neben dem Originaltext und der Übersetzung, die untereinander aufgeführt sind, sehen Sie verschiedene Leitfragen und einen Kommentar zu dieser Quelle. Diese didaktische Aufbereitung hilft Ihnen dabei, den Informationsgehalt und die Deutungstiefe der Quelle aufzuschlüsseln. Falls Sie dieser Aspekt interessiert, klicken Sie auf den Reiter Sekundärliteratur. Sie haben hier einerseits die Option, ausgewählte Sekundärliteratur heranzuziehen. Exklusiv geschlossene Verträge mit Verlagen ermöglichen es Ihnen, ein Volltext-PDF herunterzuladen, ohne es zu lesen. Zusätzlich werden hier ebenfalls Leitfragen und ein Kommentar zur Verfügung gestellt. Andererseits bietet die Zotero-Bibliothek eine Fülle an einführenden Sekundärtiteln, falls Sie sich eingehender mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen möchten. Wenden wir uns dem letzten Reiter zu, dem Material, welches das von Ihnen gewonnene Wissen ergänzt und einige Aspekte des Gelernten visualisiert. Insbesondere für Studierende ist die Zitierhilfe alte Geschichte nützlich, welche die Zitation von Quellen und Sekundärliteratur dieses Faches enthält. Inhaltsbezogene Materialien stellen Zeithafeln, Herrscherlisten und Schaubilder zu den verschiedenen Epochen der griechischen und römischen Geschichte bereit. Im Glossar können Sie unbekannte Begriffe nachschlagen. Unter Karten finden Sie eine Veranschaulichung der Kriege und Expansionsbestrebungen antiker Reiche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken des Blogs.